Hey Leute, weiter geht's mit Let's DeRetro The Legend of Zelda! So und Leute, übrigens, wir hatten doch beim letzten Mal den Hinweis, dass der Baum in der Sackgasse ein Geheimnis trägt. Ja, und mir ist das beim Hochladen dann aufgefallen. Dieser Hinweis hat auf Level 8 gezeigt, denn da gab's ja diesen Baum. Tja, gut. So Leute, heute machen wir, oder nicht heute, aber in dieser Aufnahme machen wir Level 8 fertig. Zumindest habe ich das vor. Aber einerseits, ich habe mir auch überlegt, was fehlt uns eigentlich noch. Uns fehlen jetzt noch vier Herzcontainer, Leute. Zusätzlich noch, gut, das Fleisch fehlt uns momentan noch. Bomben haben wir auch gerade keine, so wie es aussieht. Uns fehlt noch der rote Ring und die Silberpfeile. Und das magische Schwert. Das heißt, uns fehlen noch drei Gegenstände. Also blauer, äh, roter Ring, nicht blauer Ring. Roter Ring, ähm, das magische Schwert und die Silberpfeile. Die fehlen uns und vier Herzcontainer. Wir kriegen einen Herzcontainer in Level 8. Das heißt, es fehlen uns noch irgendwie drei Herzcontainer und drei Gegenstände. Einen Gegenstand kriegen wir wahrscheinlich noch in Level 9. Das heißt, drei Herzcontainer und zwei Gegenstände, vermute ich, sind irgendwo hier noch versteckt. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wo könnte das denn sein? Irgendwo, wo man sicher niemals hingeht. Und, ja, ich habe mir dann gedacht, ja, für das, was ich mir gedacht habe, brauchen wir Bomben. Also ich sage mal, Bomben, während ich rede. Oder versuche es. Ich habe mir dann halt gedacht, Leute, wo könnte das sein? Ein Ort, an dem man nie hingeht. Und bei dem aber was sein könnte. Und dann ist mir ein Ort, ist mir richtig gut eingefallen. Haben wir eigentlich beide Tränke? Wir haben keine Tränke, okay. Ein Ort ist mir eingefallen, den es gibt. Nein, ich kriege irgendwie keine Bomben. Und zu dem gehen wir dann, sobald ich Bomben habe. Au. Hey, irgendwie, Leute, wir kriegen einfach keine Bomben. Au. So. Ich möchte mal die Bäume hier verbrennen. Vielleicht passiert da ja auch was. Ah, jetzt. Aber nein, okay. Eine Fee und eine Uhr. Na toll. Wir könnten ja mal zum Feenbrunnen gehen. Wieso kriegen wir jetzt keine Bomben, Leute? Nichts. Okay. Schade. Irgendwo ist bestimmt irgendwo was. So, jetzt erstmal hier zum Feenbrunnen. Wieso kriegen wir keine Bomben, Leute? Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Bomben. Ja, vier Stück. Sehen wir noch, was es hier gibt. Ach, das war der Dungeon. Der hat nichts. Okay. Ich möchte diesen einen Baum da verbrennen, Leute. Nichts. Schade. Wir können zweimal die gleiche Flagge haben. Okay. Cool. Nein, jetzt gehen wir dort hin, wo ich meinte, wo es ginge. Und zwar, Leute, es wird euch vielleicht überraschen, aber... Aber dieser Ort ist ganz am Anfang. Tja, die lassen nichts fallen. Schade. Und zwar wirklich ganz am Anfang, Leute. Also hier. Da ist mir eingefallen. Wir waren da einmal drin, haben unser Schwert bekommen und seitdem waren wir hier nie wieder drin. Und ich dachte mir, vielleicht ist ja hier irgendwas versteckt. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Raum weit... Ich komme da gar nicht weiter. Okay. Vielleicht hier. Nein. Nein. Okay. Ich dachte eigentlich da hinten an der Wand vielleicht, dass man da rein kann. Aber na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt zu Level 8. Ich glaube, bei Level 8 kriegen wir auch noch einen Gegenstand, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber egal. Tränke bräuchten wir noch. Das Fleisch bräuchten wir auch wieder. So. Wo war das jetzt nochmal? Level 8. Ich glaube, es war da rechts. Hm. Vielleicht ist hier was versteckt. Ja, da ist was versteckt, Leute. Pay me for the door. Repair George. Wes? Ich muss jetzt bezahlen, dafür, dass ich ihm seine Tür kaputt gemacht habe. Wie gemein ist denn das? Und jetzt ist hier keiner mehr. Toll. Der hat mir nur meine Rubini gestohlen. Aber hey, wir haben ein neues Kerbnis gefunden, Leute. Vielleicht finden wir ja noch was anderes. Wir sollten viel öfter was machen, Leute. It's a secret to everybody. Danke. 100 Rubine. Leute, wir gehen uns jetzt erstmal das Fleisch wieder kaufen. Und wir verbrennen jetzt viel mehr Büsche. Tja. Out. Okay. Weiter. Was ist eigentlich da? Hat er drin? Okay. Der hat keine Silberpfeile. Schade. Was gibt's da oben? Ah, da ist die Wüste. In der Wüste müssen wir auch mal rumsehen. In der Wüste haben wir bisher noch gar nichts gehabt. So, wo würde ich jetzt eigentlich noch mal hin? Ah, genau. Dorthin. Okay, Leute. Hier verbrennen wir auch. Au. Au. Ja, gut, da geht's wieder nicht. Ist dann vielleicht zu nah. Keine Ahnung. Au. Die haben ja jetzt gar nichts fallen gelassen. Und hier ist auch irgendwie nichts versteckt. Schade. Gut, wir könnten da oben noch die ganzen Bäume durchmachen. Aber nein, Leute. Das muss so reichen. Nach links müssen wir. Wir könnten vielleicht mal nachsehen, ob wir einen von denen da verschieben können. Aber vielleicht, das geht vielleicht auch wieder nur, wenn wir alle Gegner besiegt haben. Wir sollten vielleicht in Zukunft immer alle Gegner erst mal besiegen. Und dann erst herumprobieren. Okay, da geht nichts. Die haben wir schon probiert. Gehüllt. Gehüllt. Könnten wir uns... Ah, nein. Dann können wir uns das Fleisch nicht mehr leisten. Nein, ich will erst mal das Fleisch. Au. Das Herz will ich. Nichts. Okay, schade. Bei denen könnten wir noch nachsehen. Nein. Okay. Was war hier unten? Okay. Also nein. 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 Ich glaube, der war es. Ja, wir kriegen schon seit Ewigkeiten keine Bomben mehr, Leute. Wir könnten nochmal den blauen Ring kaufen. Aber wir kaufen das Fleisch. Tja. Schade. Dann könnten wir uns jetzt noch Tränke kaufen. Ein paar zumindest. Ist eh gleich hier. Erst mal den Bild. Ich glaube, es gibt beides, Leute. Ja. Geht beides. Unsere magischen Schild haben wir ja auch schon. Das heißt, es geht gerade gar nicht mehr besser. Das heißt, wir können jetzt Rubine sparen. Das, obwohl uns der andere so abgezockt hat. Aber dann haben wir halt das Geheimnis gefunden mit den 100 Rubinen. Das war schon geil. Hehe. So, gehen wir zu Level 8. Eine Fee. Eine Rubin. Hier haben wir noch nie was gemacht, oder? Glaube ich. Noch eine Fee? Hm. 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 Nein, hier geht leider nichts. Schade. Haben wir die hier schon mal alle durchgemacht? Ich glaube nicht. Machen wir die durch, Leute? Die Bäume. Die haben wir, glaube ich, schon mal durchgemacht. Okay, nichts. Die haben wir, glaube ich, schon mal durchgemacht. Den haben wir, auch hier waren wir fertig. Sehr schön. Sehr schön, wir haben schon wieder 23 Rubinen, Leute. Geil. Vielleicht haben wir hier irgendwo durch. Hm. Sieht hier ja nicht so noch aus. Na gut. Äh, ja. Haben wir die hier schon gemacht? Ich glaube, die haben wir schon gemacht. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Vielen Dank.